In den letzten Tagen kam da ein bisschen Bewegung rein. Es war aber auch so, dass in den letzten Wochen immer mal wieder auch Sachen aufgeploppt sind. Also es ist so, dass wir bezüglich Niklas mit einem Verein im Austausch sind, da auch weitestgehend eine Einigung erzielt haben. In den letzten Tagen kam da ein bisschen Bewegung rein. Es war aber auch so, dass in den letzten Wochen immer mal wieder auch Sachen aufgeploppt sind. Und ich hatte es ja auch immer gesagt, wir sind wirklich im guten Austausch mit Niklas, auch mit der Agentur von ihm. Jetzt war es so, dass was Konkretes auch auf dem Tisch lag. Wir darüber gesprochen haben, wie gesagt, wir grundsätzlich eine Einigung erzielt haben. Es sind noch ein, zwei Details zu klären. Ich habe ja die Bedeutung von Niklas Vöhlkrug in der Mannschaft oft genug betont. Es ist ja auch klar, das wisst ihr ja auch, einfach ein prägender Spieler für uns. Sicherlich ist es auch so, es ist auch da nichts fixiert. Und da haben wir auch mehrere Optionen. Sicherlich hat man da auch so seine Favoriten. Aber wir müssen halt eben auch schauen, was dann auch im Endeffekt umsetzbar ist. Und solange da nichts umsetzbar ist, will ich da auch gar nicht vorgreifen. Man kann davon ausgehen, dass es natürlich ein Stürmer ist, indem wir auch die Qualität sehen, dass er uns weiterhelfen kann. Und sicherlich ist es auch so, es kommt immer darauf an, was es dann noch für ein Wechsel ist. Manchmal muss man ein bisschen mehr Zeit geben, manchmal nicht. Es ist auch immer ein bisschen so Eingewöhnungszeit. Klar, Niklas ist ein Spieler, ich meine, er kennt Bremen und in- und auswendig. Und wir wissen natürlich auch um seine Qualitäten. Aber trotz alledem ist es schon so, dass wir, egal wer kommt, da vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringen sollten. Wenn Veränderungen da sind, nicht nur bei der Personalie, sondern generell bei allen, dass du natürlich immer versuchst, die Stärken eines Spielers dann auch einzubringen in die Mannschaft. Das verändert immer Dinge im Spiel, ist ja logisch. Aber da sind wir nicht auf einen Spielertypen festgelegt, der es jetzt unbedingt sein muss. Deshalb bin ich nicht auf einen Spielertypen am Ende des Tages festgelegt. Fakt ist, wenn sich Dinge verändern, dann verändert sich auch immer das Spiel der Mannschaft. Es ist so, dass ihr ja tatsächlich in England seid, noch ein paar Details zu klären sind. Am Ende des Tages spielen auch da wirtschaftliche Faktoren eine Rolle, zu überlegen, wie man sich auf einer gewissen Position aufstellt. Plus eben, dass dann auch ein Senne letztes Jahr eine gute Saison in Belgien gespielt hat, einfach dann auch für uns, glaube ich, zum einen wirtschaftlich gut umsetzbar war, zum anderen aber auch Elemente mitbringt, von denen wir glauben, dass wir sie entwickeln können, dass wir dort auch Dinge haben oder Senne Dinge kann, die wir so jetzt noch nicht in der Mannschaft haben. Sobald es unterwegs ist, kann auch bestätigen, dass die Keni in Italien ist, ohne da einen Verein zu nennen. Oliver ist in England. Auch da möchte ich noch keinen Verein nennen. Wie gesagt, da stehen noch Medizinchecks aus. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir im Laufe des heutigen Tages da, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir allen, ob wir da Verzug vermelden können, ansonsten spätestens morgen dann. Wir wussten, wissen, dass wir da eine Vakanz haben. Es ist noch nicht hundertprozentig fixiert. Aber auch da gehe ich davon aus, dass das im heutigen Tage der Fall sein wird. Und es hat ein bisschen länger gedauert, muss man ehrlicherweise auch sagen. Er ist ein sehr zuverlässiger Spieler, der wirklich eine hohe Intensität in seinem Spiel hat. Darüber hinaus ist er schon einer, der auch in seinem jungen Alter über eine gute Erfahrung verfügt. Gerade auch zum belgischen Nationalspieler geworden. Und für uns ist es einfach so, dass das im Gesamtpaket einfach sehr, sehr passend ist. Insgesamt einfach in vielen Umschaltmomenten immer mit dabei. Auch wenn, ja, von der Geschwindigkeit vernünftig unterwegs. Kommt er eigentlich auch von einer eher noch offensiveren Position. Wurde es bei Serklebrücke im Laufe der letzten anderthalb Jahre so ein bisschen für diese linke Seite umgeschult. Und ja, insgesamt einfach ein Spieler, der, wie gesagt, von seiner Dynamik, von seiner Intensität im Spiel ganz, ganz viel mitbringt. Der auch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Ich glaube, es ist immer eine Aufgabe, immer eine Herausforderung für eine Gruppe, logischerweise, wenn Veränderungen da sind. Am Ende ist immer auch die Frage natürlich, wie, ja, wen holst du mit rein? Was für Charaktere kommen dazu? Was bringen sie dir sportlich? Grundsätzlich ist es eben so, dass wir trotz alledem bei allen Veränderungen auch immer noch genug Spieler haben, die sehr, sehr lange im Verein sind, die, glaube ich, auch die Werte, für die wir stehen, weitergeben können. Und wir trotz alledem halt auch drumherum sicherlich auch interessante Spieler dazugewinnen und Spieler, die entwicklungsfähig sind, dazugewinnen. Das ist keine Herausforderung, die vom Himmel fällt, sondern eine, die uns im Endeffekt vor Saisonbeginn schon klar war. Und ja, da gilt es jetzt eben dann, auch wenn wir zu einem späten Zeitpunkt diese Dynamik drin haben, aber so einzubetten, dass wir eine funktionierende Mannschaft sind auf und neben dem Platz. Und die Arbeit, ja, muss jetzt natürlich nochmal verstärkt werden, weil jetzt eben hinten raus relativ viel passiert. Aber am Ende des Tages ist das meine Aufgabe. Der stelle ich mich und der stelle ich mich auch mit Freude, Zuversicht. Und ich freue mich auf die Spieler, mit denen ich jetzt weiterarbeite. Wir stand jetzt nichts ausschließen, weil es können immer noch mal die ein oder andere Tür aufgehen. Grundsätzlich ist es so, dass wir ganz klar gesagt haben, natürlich haben wir da eine Vakanz auf der Linksverteidigerposition. Falls wir im Sturm jemanden verlieren, dass wir dann natürlich auch nachlegen wollen. Aber ich würde es jetzt auch nicht komplett ausschließen, dass wir, also es ist nicht so, dass wir jetzt die Augen vor anderen Positionen verschließen, sondern wenn sich da noch irgendwie eine Möglichkeit auftut, dann beschäftigen wir uns damit. Deswegen kann ich das jetzt nicht komplett ausschließen.